Auf den Schock brauche ich erstmal eine ordentliche Portion Zucker. Einen Schrank, den hat sie vergessen. Und das ist sowas offensichtliches, den Kühlschrank. Yes! Domme, ich bin's nochmal. Nein! Was ist das denn? Wie siehst du denn schon wieder aus? Ich war doch nur kurz weg. Wo hast du das hergeholt? Ja. Was? Aus dem Kühlschrank. Ja, scheiße, den habe ich vergessen. Echt? Hast du dich eigentlich schon mal von außen gesehen? Hast du schon mal gesehen, wie du aussiehst? Ja, wegen dir jetzt, weil du mich so erschrocken hast. Nicht wegen dem Dreck. Ich meine deine Rundung. Du passt bald durch keine Tür mehr.